Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video Cold War hier auf meinem Kanal Ob Glück oder Können, bin es Bin Lasst ein Abo da, like die Video, schreibt es in die Kommentare Aktiviert die Glocke Und los geht's Twitch und Instagram unten in der Beschreibung verlinkt Danke Und jetzt sterben wir ein paar Mal Tausend Mal, ja, könnte sein Oh, fuck Oh, Pieps, nicht das eine Wort Verdammt Also nicht mehr was beleidigen, was ich gesagt habe Das meine ich mit Verdammt Nooktown Falsche Richtung What the hell, wo kam die her? Boah, ey Ich bin gerade wieder richtig gut Okay, okay, okay Okay, ihr seid Geht vor, ich komme nach Okay, wir gehen hier raus Gute Idee Zwei, zwei Schuss Zwei Schuss Äpig Äpig Pinn bitte Nein, von der rechten Seite Ich glaube das Video wird einigermaßen gut Markier der Wegmengladung eingesetzt! Yes! Upsi! Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Ich mein zum Zünden. Verdammt, 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 verdammt. Nein, zu hoch! Hm, bin ich blöd. Ich habe über den Kopf gezählt. Naja, die Idee war gut. So wie bei Rocket League. Die Idee war gut. Die Umsetzung war scheiße. Wieder hier lang, das sah gut aus. Au. Nee, stimmt doch gar nicht. Ich steh mir noch am selben Fleck. Also hallo, ich bin nirgends vorbeigezogen. Nein! Mh, zwei Stück! Daaaammt, dey! Daaaammt, dey! Daaaammt, dey! Keine Ahnung, wie ich sage. Ich versteh's nicht, dass einer mindestens meine Leute in die Richtung guckt. Ähm, ja, der hatte sich versteckt. Okay. Das liegt nicht nur mir, dass ich so scheiße bin. Alter, was soll denn das? Ich hab doch mindestens einmal... Hm! Das Nicht-Aufregen fällt mir wirklich schwer. Also, das ist einfach... Ich behaupte, ich hab mindestens mit sechs Schüssen getroffen, aber irgendwie hab ich allzu daneben geschossen. Oh! Alleine, warum kriegt der den Abschuss? Ach, weil er ein Epic-Pin voll... Ah, weil er sich gedopt hat. Okay, ah, 10 zu 7, na, ist nicht gut. Hm... Hm... Feindliches Geschütz... ... 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 Wo kommt der her? Wo? Wie, soll ich das Fenster? Okay, eineinhalb Meter... Okay. Hat sie ins Fenster reingezogen, okay. Am Arsch, aber okay. Meine Güte, diese beschissenen Betäubungsgranaten! Blendgranaten! So unrealistisch! Ja, natürlich machen die leute einen Peep-Stone auf deine Ohren. Und überblenden deinen Seefeld. Aber du wirst auch nicht langsamer dadurch. Und ja, die müsste das ins Spiel Hast. Nein, müssen sie nicht... ... realistisch oder sie lassen ist ich bin scheiße heute so was von also ich komme gar nicht drauf schönen Abram besteigen mit der Tarnfarbe vom Deutschen so sind unsere Leipaden gestrichen aber ist ok ernsthaft ohne scheiß ich verstehe es nicht mann der hat keinen gleichschutz da aber doch das ist ja Panzerstahl das habe ich völlig vergessen das ist kein dünnes blech was so eine Kugel durchschlägt das ist ja Panzerstahl in Deutschland natürlich gar ungebe wir bauen alles aus Panzerstahl ah der Heli sorry Bro ich habe nichts um dich runter zu holen tut mir leid hat jemand so weit geschafft das gibt's nicht es läuft gut es läuft sehr gut das erste runde verdammt da kommt noch eine ach von da kam die Person ok dann ist ja gut ich habe ja auch schon gedacht wo kommt die jetzt her ach man das läuft so scheiße gerade ernsthaft ohne scheiß weißt du wo das Ding einschlägt weißt wo ich stand bei der Druckwelle die das Ding erzeugt haben muss um mich mitzunehmen wow no way habe ich das Ding auch noch wieso habe ich das nicht mehr hey das hatte ich ja auch ach man das gibt's doch nicht dass die einen treffen aber du nicht wenn du da unten bist und die eine Annäherungsminie zerstört ey die sind gut so beinahe so als würden die scheaten nein das tun die ja nicht die sind einfach nur gut ich weiß nicht sorry ich hab äh hallo warte ich weiß nicht was ich dazu sagen soll ich habe immer das Gefühl dass ich entweder nur verdammt scheiße werde wo die Leute immer mehr scheaten und das macht keinen Spaß aber rein zu behaupten du bist einfach nur scheiße ist ich weiß was ich immer noch kann also verstehst du ich hab wo habe ich denn daneben geschossen gerade ich halte gar nicht so hoch die Waffe geht so hoch unsere Zeit ist fast um oh ja die Waffe habe ich lieben gelernt gucken ob ich jetzt ein zwei Kills mit hinkriege yes ah das war nicht meiner Schade nein ich hätte bei der gehabt aber die Waffe habe ich lieben gelernt bis in die oh 16 zu 18 oh das scheiße bis gleich und weiter geht es mit Runde Nummer 2 ich wollte eigentlich sagen ich habe eine neue Lieblingspistole gefunden weil ich eigentlich sehr gerne mit Pistolen auch spiele und das ist ja die 1911er mit dem Design sieht die wirklich cool aus CIA Team verteidigt unsere Freiheit ja mach mir doch ich versuche jetzt mal hier mit dem Paket zu machen wenn es sowieso scheiße läuft kann ich auch bei Schnauze spielen oder so einfach mit Waffen die mir gerade sehr viel Spaß machen wollen Mann muss der sich hinlegen aber ich habe ihn nein ey ganz ehrlich der hat doch gar nichts zu mir gemacht der hat doch gar nichts zu mir gemacht der hat doch gar nichts zu mir gemacht der hat doch gar nichts zu mir geguckt in meiner Ansicht der hat doch so ruckartig zu mir und ich bin tot ja ich weiß nicht aber ich merke gar nicht die Karte mag ich ja auch nicht ich merke gar nicht die Karte mag ich ja auch nicht Entschuldigung ob Glück oder können win's win abonnieren, liken, kontaktieren, was? kommentieren, aktivieren jetzt hab ich dich Revanche das war die Revanche jetzt sieh hoch ja ja, was soll ja, was soll ach komm feindliche Fernlenkladung in eurem Einsatzgebiet Entschuldigung das war keine Absicht ich wollte ich doch gar nicht tun oh hä ich gehe mal hier lang hä wo da kommt man hoch? ja, hab ich noch nie gemacht sorry ich suche keine Entschuldigung, Camper verstecke ich laufe über die Karte feindliche Vorräte sind wo ist der? feindliche Spionageflugzeug Jupps Kämpfer eliminiert hä? wow, ganz ehrlich, was war denn das? jetzt immer ohne Scheiß die Knarre war mindestens einmal an seinem verdammten Schädel was war denn der angeblich falsch? ich bin nicht zu blöd dazu ich spiele seit über 10 Jahren COD ich kann das ok, seit 10 Jahren ich kann das wirklich auch wenn ich so ein alter Mann bin das war bestimmt meine ich habe nicht zugeschlagen ich habe nicht zugeschlagen ich hasse das bei COD warum ist das Schlagen beim Reindrücken also beim das ist zu bewegen der Hebel boah das ist ein Video wo ich nur jammer es tut mir so leid und so wenig Leistung das letzte war schon scheiße das ist noch schlechter ich kann das Haus das Entscheid vol processen ja und Ich habe keine Ahnung, wo die Person hin ist. Ich werde gleich von hinten erschossen. Feindliche Fernlenkladung in eurem Einsatzgebiet. Ich sehe niemanden. Guten Tag Fahrzeug. Ich sah keinen Feind. Die ist ja nicht eure, das war bestimmt meins. Okay, weiter mit der Pistole. Wenn ich nicht vergesse, nehme ich die ganze Zeit die Pistole. Ich mag die, die 1911er mit diesem Design. Das ist so typisch, das amerikanische Flugzeug Mustang Design. Die ist cool ey. Die habe ich in letzter Zeit auch mal ein paar Mal gespielt. Weil die auch im Nahkampf sehr, sehr gut ist. Die ist wirklich nice im Nahkampf. Ich liebe die. Oh, ich bin Kinn. Der, der mal daneben schießt, eigentlich trifft sie. Also, das recht in so engen Rollen. Läuft mir ein Messer auf mich, willst du mich verarschen? Ey, das war meiner. Äh, das war so hinterfotzig. Hab ich noch Muni? Nein! Okay, ich brauche sowieso nur Muni. 13 ist mir zu wenig. 11 zu 7. Äh. Okay, wir bleiben bei der. Bin ich eigentlich. Äh, okay. Bin ich eigentlich. Oh. War die nicht von den blöden Kampfbogen aufgehoben? War das nicht in der Runde? Äh. Ah, wo? Okay, das nehmen wir mal. Ich bin tot. Ich hab ihn gesehen. Ach, reinrutschen, du Dicke. Scheiße. Oh mein Gott, das hat mir selber wehgetan. Na toll. Okay, die hole ich mir. Ihr Schwein. Ich liebe die Kinnere. Feind scheint erledigt. Feindliche Fernlenkladung entdeckt. Nein! Hm, ich hätte mehr nach links gemusst. Also in den meisten Spielen ist die 1911er, ist sie nicht wirklich gut. Damit komme ich meistens gar nicht klar. Aber in dem Spiel, äh, joa, sehr gut. Ist ja, glaube ich, auch Kaliber 50, oder? Glaub ich zumindest. Bin mir unsicher. Oder es gibt sie als Kaliber 50. Bin mir nicht. Sehr sicher. Mist. Da war ich zu langsam. Da war ich zu langsam. Abonnieren, liken, kommentieren. Aktivieren. Danke. Uhu, grad so. Okay. Na komm. Ach dich. Du bist dran. Na komm, ich höre dich. Nein, das hätte klappen müssen. Das hätte klappen müssen. Sorry. Das hätte klappen müssen. Das habe ich doch viel zu spät gesehen. Okay, Artillerie. Ähm. Okay. Wo kommst du da? Hehehe. Macht nichts, aber hey, cool. Okay, dann. Mist, ich habe nicht getroffen, ey. Artillerie entdeckt. Nein, nein. Mann, ich wollte gar nicht. Oh, ich habe Scheiße gebaut. Der ist immer noch da. Was für ein Camper ist das denn, ey? Das ist einer von den richtig guten Spielern, ey. Da kommt schon mal irgendwann einer vorbei. Na gut, ich gehe auch immer den selben Weg. Aber wir sind doch wieder Leute. Hehehe. Ach so, ach so. Hä? Ah, verliert mit Messer. Nice. Ja, super. Wir verlieren natürlich, aber... War lustig. Mit der Pistol. Ein bisschen Spaß mit der 1911er. Ich habe einen Titel für das Video. Den hole ich mir noch einmal. Komm. Der Rücken hier. Ich weiß gar nicht mehr hier. Schade. Nein, ich wollte doch mal. Wir sehen uns gleich wieder. Ich meine, nein. Danke, das war's. 18 zu 13. Ja, das war doch okay. Die meisten Abschlüsse mit der Pistol. Das war's jetzt. Peace. 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 Vielen Dank.